Im heutigen Video soll es mal um eine Sache gehen, die mich in letzter Zeit extrem abfuckt. Und zwar Camper in Blackout. Ich und meine Kollegen werden so häufig von Leuten getötet, die das ganze Spiel über einer Ecke schimmeln und warten bis jemand vorbei rennt. Ich hab mal die extremsten Fälle hier abgespeichert und zusammengeschnitten. Manche kann man noch rechtzeitig töten und bei manchen hat man null Chance. Gegen Ende kommt nochmal ein spezieller Fall, den ich ziemlich faszinierend fand. Und ja, vielleicht gefällt euch das Video, vielleicht ist es lustig, vielleicht nicht. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Falls ja, dann lasst gerne ein Abo da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ach, push, push. Hier ist nichts gedootet. Oh mein Gott, ich hab ihn gedauert. Wo ist er? Hier, in dem Haus. Alter! Ich behaupte das Dreier-Skopf. Ja, selbst der Zweier. Wenn du einen Vierer findest, dann können wir tauschen. Dann gebe ich dir Sniper-Skopf. Hier ist er! Was war das, Ferner? Ich bin da hier drauf. Kleine campende. Wo bist du? Wo warst du? Unten am Fluss waren die, glaube ich. Oder? Ich geh hinten rein. Hab einen angehittet. Ich hab Nate reingeballert. Denk dran, passt auf die Ecken. Och, Mann, ey. Diese Camper-Schweine. Wurde. Zwei nach drin. Im Haus, aber. Oder einer. Zwei hab ich gekillt. Hast du Nate? Nein, aber ich kann die Mine, glaube ich, kaputt füßen. Ja, Mann. Ist sie kaputt? Ich mach Schluss für heute. Ich bin fest. Sie sitzen zu zweit oben und aimen auf die Treppe. Halt uns zu zweit hinter dem Eck ein. Habe ich gedownt, Hannes. Dein Schöses, Mann. Hol dir Hautloch. Hallo. Du tritt! Das ist perfekt für Camper, nicht der Pussy. Auf mich, auf mich, zwei Spieler! Fuckin' B****s, dude. Beim nächsten Kandidaten habe ich weiter zugeschaut, nachdem er mich gekillt hat, weil ich sehen wollte, wie weit er mit Camper kommt. Was dann passierte, war ziemlich faszinierend und traurig zugleich. Ich habe das Ganze auf Englisch kommentiert, weil ein Kollege aus Irland dabei war. Viel Spaß! Die Schöne sind zurückgebrannt. Geh auf der Sicherheit. Was macht er? Er schützt einen Busch. Wtf? Wie hat dieser Mann 4 Kilo? Was macht er? Ich meine, du musst ihm die Props geben, aber er ist auch ein F***er. Ich möchte ihn sterben, von einem guter Spieler zu sehen. Hoffentlich kann er ihn nicht so schnell wie ich kann. Ich dachte, er war eher weit weg, weil er so viele Schmerzen hatte. Und ich konnte nicht wirklich erklären, wie er direkt hinter mir wäre. Wenn ich ihn umgekehrt hätte, würde ich ihn verletzen. Aber... Nope. Das F***er F***er, look at ihn. ... Untertitelung des ZDF, 2020 I wanna see how far you can make it with this tactic At some point he has to shoot someone in the front and then he's fucked Pretty sure How can you have fun playing like that, I don't get it Oh he's standing up, oh now it's, oh shit, oh fuck Oh decent aim, nice stun Oh that aim is some good shit though You almost got him buddy Oh, that's close to him Oh shit Hopefully he runs past him so he can shoot him in the back He's got a really good hideout I think he's gonna go back to the safe grass again I like the choice of the suppressor here because Because he can really play to his advantage Because little snakes don't like to get caught when they are shooting Okay He's almost top 5, maybe that's his first win or something He's a little bit scared because of the sniper shot I think He's not moving Maybe he pretends to be dead So the sniper doesn't shoot him Be advised, further collapse expected Relocate to safe zone Oh he has a sensor dot Pretty smart placement right there Yes that's your sensor dot, good boy I don't know if they show blackguard stunts as well though Because this guy is clearly not a noob He plays like a complete douchebag but he's not a noob I think Oh shit Oh, that's close I hope there's a player in this lobby that fucks him up I honestly hope I don't I would not appreciate it if this guy gets a win Let's see how he Moves to the next circle Oh shit he's sprinting Okay I was a little bit too fast for him He has to chill out Yeah, that's a good strategy The problem is the grass isn't that dark anymore He's not in the shadows So He even knows how to switch his optics Like this guy knows What he's doing I mean Not his play style but I mean The general blackout strategies and shit Oh there's another guy Two snakes Yes Yes Snake battle Epic snake battle This is fucking ridiculous dude Switches back to his other optic Oh He heard something Go back in the grass Oh shit Oh shit He's top 5 It's two other guys Please Someone Destroy him Please The guy with the quad or Somebody Somebody This guy cannot win There's another guy What the fuck How's everybody laying in the grass like a snake Okay, will he take the risk to lose him or is he still hiding Oh He hears something That's the last guy He doesn't have a clue Please He fucking wins the game And that's how you play blackout everyone This guy is a genius He's the best blackout player in this game What the fuck Look how happy he is Are always a joke Mr. His name is a wash praises Monsieur Same You